Musik 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 Sevi, du hast das Rennen heute so richtig interessant gemacht. Der Start war nicht gleich verschlafen, aber einfach verhalten, aber nachher ein Bombenrennen. Die Start war nicht gleich verschlafen. Musik Ja, ich glaube, an der Anfangsphase der Rennen arbeite ich noch ein wenig, aber ja, ich bin in Fahrt gekommen und ich hatte das Ziel so gefasst und wirklich bis zum Schluss gekämpft. Was ist dir durch den Kopf durchgegangen, wo sich die Spitzengruppe halbiert hat? Mir ist gar nicht mehr durch den Kopf halbiert, ausser dass es nur noch wehgetan hat und diese Löcher eigentlich nicht aufgelassen. Und dadurch habe ich immer wieder gekämpft und probiert. Ich musste viele Löcher zutun, welche zufahren, was mir sicher auch Kraft gekostet hat. Dafür konnte ich zum Teil in den Kurven zurollen, wo sie vorhin wieder bremsen mussten und ineinander eingefahren sind. Wie hast du denn das in die zweite letzte Runde gestand gebracht, dass du in die zweite schnellste Runde gefahren bist? Das habe ich selber nicht. Ich habe gesagt, kein Ziel. Ich habe mich einfach nicht mehr gespürt irgendwie. Aber man kann sagen, das Rennen war eigentlich ein steigungslauf von A bis Z. Ja, auf jeden Fall. Von mir kann es weitergehen. Also wenn ich da so jetzt die Aussage nehme, das ist kein verlorener vierter Platz. Ich glaube, so verlorener vierter Platz ist, wenn du von Anfang an vorne wegfährst und es am Schluss nicht aufs Podest lenkt. Aber wenn von Position 12 am Schluss vierter wird und dann von einem verlorenen dritten Platz redest, dann musst du dich selber an der Nase nehmen. Also, dann nehmen wir die Nase und wünsch dir gute Erholung. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal.